Hallihallöchen, es ist Zeit für den nächsten Podcast, mal wieder. Ja, gleich mal vorneweg, die Themen unten, der Link, Telonym oder Ask. Bitte, ich brauche wieder ein paar. Langsam gehen sie aus. Ich habe zwar ein Themachen bekommen, aber meistens arbeiten wir mehr als einen durch. Würde mich freuen, wenn ich neue Themen von euch bekomme. Also, damit würde ich starten in das erste Thema. Meinung dazu, wenn jemand nur aufs Aussehen achtet. Ist blöd. Ganz einfach. Finde ich kacke. Finde ich richtig kacke. Weil ich bin ein Mensch, der... Mich macht Charakter. Ja, also nicht mich macht Charakter, sondern ich finde, Charakter macht jemanden attraktiv. Also, so sehe ich das. Wenn ich Mädchen habe, zum Beispiel, was überhaupt nicht mein Typ wäre, aber die super Charakter hat und wirklich eine tolle ist, ähm, dann ist sie für mich deutlich attraktiver, als jemand, der hundertprozentig mein Typ ist, aber einen scheiß Charakter hat. Mich macht, ich finde Charakter viel attraktiver, als wenn jemand, äh, hübsch ist. Aber, das war ja nicht gemeint. Sondern es, äh, nur, äh, doch, nur aufs Aussehen achtet. Passt schon. Nur aufs Aussehen achtet. Schlecht. Nicht geil. Überhaupt nicht cool, finde ich das. Solche Menschen gibt es natürlich auch, aber ich bin jetzt keiner davon. Ich mag aber solche Menschen tatsächlich auch nicht. Weil, äh, hm. Natürlich spielt Aussehen eine gewisse Rolle. Hm. Immer so ein bisschen. Äh, ich sage mal, ob man ein Mädchen anspricht oder nicht. Aber, äh, eigentlich nicht wirklich. Weil, vielleicht, äh, ich habe auch mal einen Spruch gehört und ich glaube, ich weiß nicht, wo ich den gehört habe. Irgendwo habe ich den mal gehört. Ähm, ja, wie, wie hat der gesagt? Der Arsch entscheidet, ob ich sie anspreche. Und der Charakter, äh, entscheidet, ob ich den, äh, den Arsch auch kennenlernen will. Ähm. Finde ich eigentlich mega passend. Also, das war halt jetzt halt so. Wenn du jetzt random irgendwo wo jemanden siehst. Und jemanden ansprichst vielleicht. Ist ja wirklich das Aussehen entscheidend. Aber, ob es länger ist bei einem einfachen Gespräch oder bei einem High wird oder bei einem, hey. Entscheidet dann der Charakter der Person. Und der Charakter ist halt das Wichtige. Wichtigere, finde ich. Weil, ich bin, schließlich bin ich mit dem Charakter zusammen. Und ich mit dem, mit der tollen Figur. Vielleicht. Jetzt hat mal extrem gesagt. Ähm. Ja. Und ich bin ja sowieso, ich, für mich ist eine Frau zum Beispiel, eine Frau. Ganz normal. Naja, ich hab auch einen, einen Geschmack. Aber, wenn ich den Charakter von jemandem nicht mag und sie trotzdem eine 10 von 10 ist, ist sie für mich eine 0 von 10. Weil, mich, ich eher, der, wirklich der Mensch bin, der auf dem Charakter steht, als auf das Optische. Und ja. Ich find's halt nicht cool irgendwie. Weil, Aussehen kann sich so schnell ändern. Wie schnell kann man mal 10 Kilo zunehmen? Wie schnell kann man mal 10 Kilo abnehmen? Ähm. Jetzt hat, so mal extrem gesprochen. Wie schnell kann sich das Gewicht von jemandem verändern? Und das macht schon viel aus. Ich seh's bei, ich seh's bei mir. Mein Gewicht schwankt immer. Schon. Aktuell hab ich, äh, 76 Kilo. Vor, vor drei Wochen hatte ich 80 Kilo. Also, das schwankt extrem bei mir, mein Gewicht. Würde ich jetzt mal sagen. Ich sag mal, solche Schwankungen werden normal sein. Ich kenn mich da nicht aus. Ich bin da nicht so drin. Und Aussehen ist so eine andere Sache. Aussehen vergeht. Aussehen vergeht auf Dauer. Wenn's du älter wirst. Man wird nicht jünger. Man bekommt Falten. Man bekommt Geheimratsecken. Oder eine Glatze. Die Haare fallen aus. Man wird, man wird an sich, die Haut altert. Alles wird alter, älter. Das ist normal. Deswegen, hm. Bin ich halt da nicht so der Fan von, von Leuten, die da drauf schauen. Weil das Aussehen ist vergänglich. Und ein Charakter bleibt. Ein Charakter bleibt einem. Der geht nicht weg. Der bleibt einem eigentlich, kann man sagen, fast ewig erhalten. Natürlich ändern sich, verändert man auch seinen Charakter im Laufe der Zeit. Weil man Lebenserfahrung sammelt. Weil man Dinge dazu lernt. Was aber ganz normal ist. Aber, es ist was, es ist trotzdem eine beständigere Sache. Du änderst dich von heute auf morgen nicht um 180 Grad. Du bleibst ja trotzdem der gleiche Mensch. Und bleibst der gleiche Mensch. Und Aussehen ist halt so eine Sache. Da kannst du dir eigentlich schon was für Falstatum draufpacken. Irgendwann sind wir alle mal alt und grau. Irgendwann sind wir nicht nur alt und grau, sondern irgendwann sind wir gar nicht mehr. Also, ja. Aussehen ist nur so lange da vorhanden. Wie, ja stimmt auch. Das ist mein extremes Beispiel sogar. Sagen wir mal, jemand will nur was mit Blondinen haben. Also, als Kerl ist aus meiner Sicht gesprochen. Nur mit Blondinen, nur mit Blondinen. Sie färbt sich die Haare. Deswegen machst du doch nicht Schluss. Also, bestimmt gibt's. Also, ich bin mir ziemlich sicher. Es gibt mal Idioten, die so ticken. Aber, ich sag mal. Das ist ja schon wieder eine optische Änderung. Da hat sich ja schon wieder die, äh, sozusagen was verändert. Aussehen kann und anders sein. Oder sie hat, oder sagen wir mal, dein Partner oder Partnerin hat mal eine schlechte Phase und weiß nicht, isst mal ein bisschen mehr oder sowas. Oder fängt an Sport zu machen, weil sie einfach sagt, ey, ich muss mal ein bisschen sportlich aktiver werden oder sowas. Und verändert ihr Aussehen dadurch, weil halt einfach Muskeln aufgebaut werden oder halt einfach man abnimmt. Es ist so schnell kann sich das ändern. Und das, das finde ich immer so, weiß ich nicht, irgendwie kurzsichtig. Aber halt, ey, kann man sagen, eigentlich finde ich es dumm, wenn man nur aufs Aussehen achtet. Daher ist es für mich sowieso, weiß ich nicht, ich finde Menschen, die halt nun, ich will es jetzt nicht beleidigend sein oder sowas, aber ich finde solche Menschen einfach doof. Einfach den, vom Intelligenz, äh, von der Intelligenz relativ weit unten angesiedelt. Also jetzt nicht ganz doof, aber es gibt immer, weil Leute, Leute, die dümmer sind, aber ich finde es auch nicht, ah, mega schlau. Außer es ist natürlich, man sucht nur was für eine Nacht und man will genau sein Typ, aber ich meine jetzt natürlich logischerweise für was längerfristiges. Ähm, muss ich sagen, ja, dämlich, einfach dämlich. So, nächstes Thema, ich wiederhole mich nämlich. Äh, bist du oft sarkastisch und was machst du, wenn Leute es nicht verstehen? Oh, da habe ich das beste Beispiel. Da habe ich ein sehr gutes Beispiel. Ich bin, einmal bin ich sehr viel sarkastisch und ich sage sehr viel mit Ironie. Sehr, sehr, sehr viel. Sehr viel. Ich bin sehr ironisch und sehr sarkastisch angesiedelt. Ja. Und genau da habe ich jetzt aktuell jemanden, der versteht das nicht. Der Mensch versteht Sarkasmus oder Ironie nicht. Und das ist nicht einfach, weil es oft dann ernst genommen wird, wenn ich Dinge sage. Natürlich ist es ruckzuck vom Tisch, weil man sagt, hey, das war für ironisch gemeint oder das war sarkastisch gemeint oder das habe ich für nicht ernst gemeint. Dann ist es ruckzuck vom Tisch wieder. Aber ich denke, Sarkasmus und Ironie ist jetzt vielleicht eine Lernsache vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte es schon immer gehabt. Ich war schon immer sarkastisch und ironisch und habe so Sachen gesagt. So, ja, natürlich, ja, 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 klar. Ja, ja, so extrem jetzt, oder hat er extrem nicht gesagt, so. Mir fällt gerade kein Beispiel ein. So, Alter. Ja, das hast du echt gut gemacht. Wirklich, richtig gut gemacht. So, wenn er gerade Scheiße gebaut hat, zum Beispiel. Ähm, aber sonst, wie machst du mit Menschen, die es nicht verstehen? Gute Frage. Denen halt erklären, ey, das war nicht ernst gemeint. Ich kriege den Sarkasmus jetzt nicht aus mir raus. Oder das ironisch, weil es einfach schon immer ein Stilmittel von mir ist. Oder ich halt einfach schon immer sarkastisch und ironisch bin. Ich sage es halt dann einfach, dass es nicht ernst gemeint ist. Wenn ich merke, die Person nimmt es sich gerade zu Herzen oder die nimmt es gerade ernst oder sowas. Dann sage ich das schon, hey, war fair nicht ernst gemeint, gell? Weil man merkt es ja, wenn man gerade irgendwas gesagt hat und sie, ähm, okay. Oder man merkt es Menschen schon an, wenn man irgendwas sagt und gerade in dem Moment das anders aufgefasst wird. Dafür muss man halt aber auch ein bisschen Menschenkenntnis haben, denke ich. Ja, was soll man machen mit Menschen, die das nicht verstehen? Ich würde sagen, ähm, halt auch wirklich denen sagen, dass man das gerade sarkastisch, ironisch gemeint hat und so. Was anderes bleibt einem ja gar nicht übrig. Einfach erklären, dass es nicht ernst ist, dass es nur Spaß ist und so. Alles gut. Dann kann man das eigentlich relativ schnell, ähm, aus der Welt schaffen. Also, eigentlich nicht nur relativ schnell, sondern so, bam, ist weg. Ja. Menschen, die es nicht verstehen. Hm. Ist halt so. Gibt es. Nicht jeder, äh, Mensch muss es verstehen. Und nicht jeder Mensch nutzt das auch. Also, es gibt viele, die ich kenne, die nicht so sarkastisch und ironisch sind. Wie ich jetzt, zum Beispiel, ähm, ja, ich verliere heute vollständig meinen Faden, ha? Ah, es ist nicht wieder Donnerstag. Ich nehme natürlich wieder auf den letzten Drücker auf, weil ich mich ein bisschen davor gedrückt habe momentan. Muss ich auch ehrlich gestehen, so ein bisschen, ja, auch gestreamt habe ich jetzt die letzten Tage nicht, weil es echt ein bisschen warm draußen ist. Und die Hitze macht einen echt ein bisschen kaputt und ein bisschen blöd im Kopf. Ich merke es ja selbst bei mir, dass ich einfach so überhaupt nicht da bin. Außerdem habe ich meine Faktorialsucht auch wieder ein bisschen entdeckt. Ähm, habe ich einfach mal Lust zu gehabt. Und da ich ja nächste Woche Urlaub habe, werde ich eh wieder mehr streamen, ob ich da mehr Zeit habe. Daher, ja. Mich macht, mich macht das, äh, die Hitze, auf Dauer macht mir Hitze gar nichts aus. Also, wenn es wirklich warm ist auf Dauer, stört mich das gar nicht mehr. Aber wenn es so, boom, schlagartig kam. Und bei uns ist es jetzt wirklich innerhalb von ein paar Tagen 5 Grad, 10 Grad, 15, 20, 30. So hochgeschnellt die Temperatur. So, du hast gar keine Übergangsphase gehabt. So, ich bin, ich weiß, einmal früh noch mit so einem kleinen Hoodie drüber rausgegangen. Nachmittags war es dann schon ein bisschen warm, aber noch möglich. Am nächsten Tag früh war es schon so warm. Da habe ich gedacht, lasse ich den Hoodie zu Hause. Und dann, wie ich daheim war, denke ich mir nur, boah, das ist warm. Im letzten Stream lief auch schon wieder die Klima hier hinten. Ähm, die kleine Mobile da, die mit Wasser. Weil einfach warm. Einfach nur warm. Und ich bin ein bisschen platt momentan irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe momentan so ein bisschen Lust und Zeit, äh, aktuell einfach mit ein paar Freunden zu quatschen im Discord und so. Und eigentlich will ich ja sogar streamen, aber die Zeit verrennt aktuell so schnell. Man kennt, ihr kennt es ja bestimmt selbst, wenn man mit jemandem, äh, Zeit verbringt, mit dem es lustig ist, mit dem man gern Zeit verbringt, mit dem man gern quatscht und alles. Dann geht das oft so schnell, ähm, dass einfach zack, ist die Zeit rum und schon, äh, ist wieder abends und auf einmal, äh, äh, ups. Und dann stehst du da und denkst dir, ach Mist, eigentlich wollte ich ja heute. Naja, scheiße. Ich finde es ja nicht, ich finde es ja nicht so schlimm, weil ich ja nicht, äh, großartig jetzt halt davon abhängig bin oder sonst irgendwas. Und das wird auch nie passieren. Und ich möchte mir halt einfach so ein bisschen meinen Freiraum, meine Freiheiten lassen. Ich hatte ja eh noch nie feste Streaming-Zeiten und so. Daher. Ich stream mal nicht stream. Und das wird auch so bleiben. Aber, und, ich weiß jetzt nicht, wie ich auf das Thema draufgekommen bin, keine Ahnung. Äh, vielleicht weil ich, weil ich wirklich, ja, weil ich auf den letzten Drücker wieder aufnehme gerade. Äh, ja. Gut, auch, ich, ich hab auch irgendwie das, den, den, das Gefühl irgendwie beim Podcast. Ich sehe zwar, ich schaue, ich achte ja nicht wirklich drauf, aber ich schaue ja trotzdem ab und an mal drauf. Ähm, vor allem wenn ich dann einen Podcast teile, immer wenn er aktuell ist, kommt er ja überall. Oder, dass, dass, dass er dann gar, dass der Podcast ganz gut im Vergleich zu meinen restlichen Videos geklickt wird. Aber, irgendwie werden es auch immer weniger, äh, Themen. Da habe ich auch ein bisschen Sorge, dass ich irgendwann kein Thema mehr habe für den Podcast. Oder keine Themen mehr habe für den Podcast. Daher, mh. Deswegen sag ich es ja momentan gleich am Anfang des Videos. Unten, Videobeschreibung, der Link. Ein, bitte. Ich möchte nicht, dass es endet, weil mir macht es echt Spaß. Und ich kriege ja gerne Blödsinn auch. Wenn mir heute echt mal ein bisschen mein Kopf wegen matschig ist wegen der Hitze. Es sollte eigentlich heute gewittern und regnen und alles. Und wenn ich meine Handy-App reinschaue, die hat ja am Dienstag Regen angesagt. Die hat, meine Handy, meine Handy-App hat gesagt, am Dienstag soll es regnen. So richtig regnen. Und was ist passiert? Nichts. Gar nichts. Es hat kurz ein bisschen getröpfelt. Das war's. Morgen soll es gewittern und ab Samstag soll es wieder ein bisschen frischer werden. Ich hoffe, dass ich ab Samstag dann einfach auch hier dann mehr, ja, sag schon, wieder ein bisschen aktiver werde und nicht so matschig im Kopf bin. Weil es halt einfach doch, die Wärme mir doch momentan ein bisschen matschig, mich irgendwie matschig macht. Ich merke es also jetzt nicht so extrem. Ich bin schon noch denkfähig. Aber du merkst halt trotzdem so ein bisschen, dass du geschlaucht bist, wenn du von der Arbeit kommst und alles. Ansonsten ist aber in den letzten zwei Wochen nicht viel passiert. So. Nächstes Thema. Eins würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall noch, ja. Meinst du Internetfreundschaften halten? Ja, warum sollten sie nicht halten? Also, ich hatte jetzt nicht, bis jetzt nicht das Problem, dass eine Internetfreundschaft nicht gehalten hat, wegen dem Internet. Sondern es wegen den Menschen. Auf der anderen Seite der Leitung. Aber das ist ja im echten Leben auch so. Also, ich habe Menschen kennengelernt übers Internet, viele Menschen kennengelernt. Viele sind davon auch wieder gegangen. Manche sind geblieben. Und ich bin jetzt keiner, der sich aufdrängt. Ich bin mir ziemlich sicher, Internetfreundschaften sind genauso wie normale Freundschaften. Weil, das Wichtige ist ja, du verbringst Zeit mit jemandem. Egal, ob es jetzt über einen Voice Call ist, über Zusammenzocken ist, über keine Ahnung was. Das Entscheidende ist ja, dass du mit jemandem Zeit verbringst, mit dem du gerne Zeit verbringst. Und da ist ja der Charakter entscheidend. Wieder zu dem ersten Thema. Ja, ich hatte es auch schon, dass halt Leute dann keinen Bock mehr auf mich hatten oder sonst irgendwas. Muss ich halt auch ehrlich sagen. Es war ja schon ein großes Kommen und Gehen für die Leute, die ja schon länger hier dabei sind. Wissen ja schon, dass ein Kommen und Gehen war. Wenn ich zurückdenke an Ninko damals. Das war das erste, nee, das allererste Let's Play Together. Das allererste Minecraft Let's LPT. Das ist ja auch schon, ich sag, lass mich lügen, acht Jahre her. Ja, es ist einfach nicht mehr zu einer Runde gekommen und irgendwie, er hat sich dann auch auseinandergeschwemmt. Da ist nicht viel passiert. Dann das mit Ninko. Naja. Habe ich von heute auf morgen nichts mehr von ihm gehört. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, was da Sache war. Dann die alten Leute, SoftEyes, Drag und alle, wo wir The Forest, Minecraft Tech, Minecraft Tech. Und das also Minecraft Tech World und alles gespielt haben zusammen. Da haben wir ja auch nichts, habe ich ja auch nichts mehr von gehört. Von den Leuten. Also, einer ist davon weggegangen, ohne dass sie, nee, mehr, zwei, drei sind weggegangen damals. Muss ich ehrlich sagen, das fand ich nicht cool, wie die Trennung war. Von meiner Ex-Freundin. Sie war ja auch hier mit auf dem Kanal und auch mit eigentlich mittlerweile oder zum Schluss sehr aktiv mit bei allem. Hat ja auch ein paar Streamchen gemacht. Das sind einige gegangen damals mit ihr zusammen. Ich weiß bis heute nicht warum. Hat keiner mit mir drüber geredet. Aber okay. Ist halt dann so. Ist halt einfach so. Ich kann keinen zwingen. Einer ist damals geblieben. Mit dem habe ich mich ein bisschen anders in die Haare gekriegt. Wegen einer Unstimmigkeit über meinen Twitch-Kanal. Was ich halt mir egal war. Beziehungsweise ich so wollte, dass es halt einfach so bleibt. Und es ihm nicht gepasst hat. Und er sich ein bisschen aufgespielt hatte. Und ja. Ich habe mir mal die Meinung gesagt. Mein Kanal, meine Regeln, mein Twitch. So einfach ist es. Das war nicht ganz zufriedenstellend für ihn. Und dann ist er halt gegangen. Habe ich von dem nichts mehr gehört. Dann ging es ja weiter. Was wir vor kurzem hatten. Bloodface. Sven. Wegen Factorio. Haben wir uns in die Haare gekriegt. Ich weiß nicht. Irgendwie. Er war ja auch hier sehr lange mit dem Podcast dabei. Ich weiß nicht, was war. Was er denkt. Was ihn so gestört hat. Dass er den kompletten Kontakt abgebrochen hat mit mir. Keine Ahnung. Ehrlich. Keine Ahnung. Aber er wird schon seinen Grund haben. Ich bin nämlich böse. Irgendwann habe ich. Ich habe ein paar Mal versucht Kontakt aufzunehmen wieder. Wir hatten auch danach darüber gequatscht. Und es war ja eigentlich alles in Ordnung. Deswegen verstehe ich es nicht. Aber er wird irgendeinen Grund haben. Auch wenn ich ihn nicht weiß. Deswegen bin ich ihm halt auch null böse oder sowas. Weil. Naja. Man trifft ja seine Entscheidungen aus Gründen. Ja. Würde er jetzt von heute auf morgen wieder auftauchen. Würde ich auch ganz normal mit ihm erstmal quatschen. und sagen jetzt müssen wir das erstmal klären. Und mal so. Hey. Was war. Was war los. Das Einzige was ich mal von ihm noch gehört habe. Ist über eine dritte Person. Als ich dann halt seinen Server verlassen habe. Weil ich bin reingegangen. Er ist rausgegangen. Oder hat mich ignoriert. Und dann habe ich mir gedacht. Komm den Kindergarten muss ich mir auch nicht geben. Und dann habe ich mir halt einfach gesagt. Okay. Dann verlasse ich jetzt seinen Server. Ich habe seinen Server verlassen. Und ich habe halt auch ihn von meinem Server geschmissen. Und halt ihn von der Freundschaftsliste überall runtergenommen. Ja. Dann habe ich halt über den dritten noch gehört. Wie schaut es aus. Er kann dir ja gar nicht mehr schreiben. Wo ich mir denke. Ja. Er schreibt mir ja eh nicht. Daher war das relativ hinfällig für mich. Er hat immer noch die Möglichkeit Kontakt zu mir aufzunehmen. Gibt genug Möglichkeiten. Social Media. Und alles. Er ist ja nicht blockiert. Oder sonst irgendwas. Er kann mir ja Twitter, Facebook, Twitch. Überall kann er Kontakt zu mir aufnehmen. Aber. Es ist nicht passiert. Also von daher. Und ich habe es ja schon mal gesagt. Ich bin kein Mensch, der anderen Menschen hinterher rennt. Das waren meine Internetfreundschaften. Ich habe noch andere. Spyro. Spyro ist jetzt das perfekte Gegenbeispiel. Spyro ist damals zu No Man's Sky zu mir dazu gekommen. Und. Auf Spyro. Er war so ein bisschen Zuschauer. Dann war er mal bei Guild Wars dabei. Eigentlich war er immer ein bisschen dabei. Und er lurkt auch immer mit. Also ich sehe ihn nun oft im Chat. Mit ihm kann ich mich aber auch in Discord quatschen. Und ich quatsche gern mit ihm. Und ich mag ihn. Und ich finde ihn sympathisch. Und ich finde. Das ist jetzt auch schon sechs, sieben, acht Jahre her. Und ich bin ja keiner, der ständig an jemanden dran klebt. Ich muss. Ich kann halt nur sagen. Das ist gut so, wie es ist. Es passt. Es ist nichts, wo ich irgendwie sagen kann. Er geht mir auf den Sack. Oder sonst irgendwie. Oder irgendwas Negatives. Ich würde es schade finden, wenn er plötzlich von heute auf morgen weg ist. Was er halt schon mal war. Also nicht weg. Einfach. Ich habe ewig lang nichts mehr von ihm gehört gehabt. Und habe mich gefreut, wie er wieder da war. Aber sonst. Internet-Freundschaften sind die gleichen Freundschaften, finde ich, wie in echtem Leben. Allein wenn ich jetzt da denke, wie viele Leute, wie viel Zeit ich aktuell im Discord verbringe. Einfach mit Menschen wie Trio. Trio. Trio, gutes Beispiel. Trio ist ein sehr, ist ein sauguter Kerl. Ist ein echter, echtes, äh, er ist echt in Ordnung. Hat zwar auch seine kleinen Macken und sowas, aber das ist nicht schlimm. Jeder hat die von uns. Er ist echt in Ordnung. Mit dem quatsche ich gern. Mit dem hocke ich gern im Discord. Er ist ja Mod bei mir. Er ist Admin auf dem Server. Er hat Ringe gekriegt. Ein Steff. Steff, das Gleiche. Quatsche ich auch gern mit ihm. Momentan sehr viel sogar mit ihm. Ähm. Wirklich. Ich habe viele Menschen kennengelernt, äh, jetzt vor allem in letzter Zeit. Über Discord sehr viel. Und ich bin eigentlich nicht so der Extreme, der viel in Discord unterwegs ist oder sowas. Mit denen ich, die ich gerne habe. Gut, natürlich auch Nervensägen, die einem sehr auf den Sack gehen. Die sind auch dabei. Es gibt jeden. Aber, sind wir mal ehrlich, heutzutage gehst du in Discord rein und quatschst mit jemandem. Wenn ich so zurückdenke, ich hatte mal eine Fernbeziehung, würde ich mal sagen. Ja, wir haben ihn auf ICQ hin und her geschrieben. Die ganze Zeit. Und telefoniert. Da war es noch nicht so wie da, wie jetzt halt hier, wo du hier Discord hast, mach sie Cam an und hey, 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 hey. Ähm. Ähm. Sondern es war halt... Da habe ich jetzt übrigens so ein Trio gedacht. Ne, Quatsch. Ähm. Da war es halt einfach so anders. Mittlerweile wie eine normale Freundschaft. Damals, wenn ich so zurückdenke, wie ich so 14 war, 15, so vor 15 Jahren, ähm, war es anders. Aber aus dem Grund, ich habe einen scheiß Telekom-WLAN-Stick mit einem scheiß Telekom-Internet damals, also eine 2000er Leitung. Ich hatte eine 2000er Leitung und irgendwann ist es eine 6000er Leitung geworden, aber da kamen nie 6000 an. Da konntest du nicht einfach mal Cam an und die Camps waren auch weitaus nicht so. Da hat sich in den letzten Jahren so viel getan. Im Positiven. Natürlich in anderen Ländern und allem drum und dran. Mehr. Die Technik hat sich auch viel weiterentwickelt. Ich weiß noch, Teamspeak 2 habe ich noch genutzt. Kennen kaum noch welche. Gut, mittlerweile sind alle auf Discord. Discord ist aber auch ein sehr schönes Programm, finde ich. Ähm, viel mehr Möglichkeiten und allem. Aber ja. Ich bin der festen Überzeugung, es gibt heute keinen Unterschied mehr zwischen Internetfreundschaften und echten Freundschaften. Vor allem meinem Alter. Ich bin 30 Jahre alt. Kann ich jemanden so eine Internetfreundschaft relativ schnell besuchen kommen. Also ich sage mal, ich habe ein Auto. Also ich sage mal, jetzt von meiner Position aus, ich habe ein Auto. Und wenn ich jetzt mal sage, hey, ich fahre jetzt mal zu dem und dem. Der wohnt 250 Kilometer weg. Dann fahre ich da hin. Das kann ich mir erlauben. Sag ich so, hey, äh, hast du Bock am Wochenende was zu machen? Kann ich über Nacht bleiben? Und wenn du nicht, wenn ich nicht über Nacht bleiben kann, dann bleibe ich halt nicht über Nacht. Dann fahre ich wieder heim. Das sind zwei Stunden Autofahrt. Zwei Fokuss 250. Sagen wir mal, drei Stunden Autofahrt. Ist jetzt alles nicht tragisch, weil es ja doch ziemlich fix geht. Du bist ja heutzutage unglaublich schnell von einem Punkt zum anderen gekommen. Egal, ob du jetzt mit Auto fährst oder ja, ich sage mal, mit Bahn vielleicht nicht unbedingt so. Bahn ist immer noch so eine Sache für sich. Aber es ist einfach alles schnell erledigt mittlerweile. Du bist schnell an den Punkten angekommen, wo du hin willst. Ohne großartig irgendwie ja gut, damals ja auch. Aber damals hätte ich meine Mutter fragen müssen. Kannst du mich fahren? Oder jetzt als Lehrling hast du nicht das Geld, um einfach mal 250 Kilometer oder musst du ja auch wieder zurückkommen, 500 Kilometer in deinen Tank reinzuballern und zu verfahren. Jetzt, wo ich ausgelernt bin und doch gut verdiene, kann ich mir das einfach halt erlauben. Ich war ja schon bei Leuten vom Teamspeak damals und ich habe ja mich schon mit Menschen auch getroffen von verschiedenen Teamspeaks oder verschiedenen Communities. Ich sage, ich möchte nur mal daran erinnern, wie wir, wie ich in Heidelberg war, bei jemandem zum Geburtstag, wo wir zum AC Harten gefahren sind, wo ich in Dortmund war, wo wir dort uns getroffen haben, über Nacht gepennt dort waren, am nächsten Tag wieder heimgefahren sind, wo wir gesagt haben, wir gehen alle mal einen Big Boots Burger, Burger essen, Dortmund ist das Beste, so ein bisschen, wo wir alle hinkommen können. gab es ja alles schon und für mich ist es halt echt, wenn ich sage, ich sage es mittlerweile so, alles, was in Reichweite einer Tankfüllung ist, ist ein Katzensprung für mich. Wenn du rechnest, ich sage mal, für die Fahrt, bei den aktuellen Spritpreisen, rechnest du mal 150 Euro und mit 150 Euro komme ich auf jeden Fall 550, 500 Kilometer auf jeden Fall. Mein Auto sagt zwar immer 600, aber ich sage mal, 500 komme ich auf jeden Fall. Also es ist alles ein Katzensprung in der Hinsicht. So, guck mal, ich habe mich verquatscht, habe ich doch irgendwie hinbekommen, obwohl heute in meinem Hirn echt ein bisschen Matsch war. Gut, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Guten Morgen, gute Nacht, schönen Montag, Dienstag, Sonntag, Samstag, Freitag, einen schönen Tag, auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn wieder noch ein paar Themen reinkommen. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu einem Google-Formular. Da bitte einmal draufdrücken. Themen einsenden. Ich rede über alles und wenn Themen doppelt sind und ich mich nicht mehr daran erinnere, rede ich dann nochmal drüber. Ich wünsche euch was und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao. Ciao.